Relativ ungefähr wird der Einzug von St. Paul Mann unter die letzten vier bei der 67. Deutschen Jugendmeisterschaft 2013, organisiert von Fußball war heute in der letzten Saison 2015-2013 der ersten Damen-Bundesliga bei SVJ Kölbermoor. Und hat hier ihren sechs Matchplanung in Serie. Applaus Da kommt er auch in die Pflege, in die Pflege, in die Pflege, in die Pflege.